Susan Sideropoulos hat zwei Kinder mit ihrer Jugendliebe. Zusammen mit ihrer Familie lebt die Schauspielerin in Berlin und spricht immer wieder offen über Herausforderungen. Susan Sideropoulos, gesunde Kinder nach Fehlgeburten. Susan Sideropoulos scheint irgendwie immer auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Mit breitem Grinsen im Gesicht und großen strahlenden Augen schwört die Schauspielerin aus Serien wie »Gute Zeiten«, »Schlechte Zeiten«, darauf. Das Bewusstsein gezielt auf die positiven Aspekte des Lebens zu richten. Das hat sie auch als ausgebildeter Coach gelernt und gibt es in ihren Büchern »Rosa-Rotes Glück« und »Das Leben schwer nehmen« ist einfach zu anstrengend. Weiter. Doch privat musste auch sie bereits einige Schicksalsschläge einstecken. Neben dem frühen Krebstod ihrer Mutter, erlitt Susan Sideropoulos drei Fehlgeburten, wie Gala berichtet. Noch bevor sie endlich mit ihrem ersten Sohn Joel schwanger wurde und ihn gesund zur Welt brachte, dachte sie deshalb, gar keine Kinder bekommen zu können. Mittlerweile ist die Schauspielerin, die nach mehr als zehn Jahren GZSZ-Pause als neuer Charakter in die Serie zurückkehrt, Mutter von zwei Söhnen. Beide sind bereits im Teenager-Alter. Sohn Joel erblickte 2010 das Licht der Welt, ein Jahr später Bruder Liam. Nur selten zeigt Susan Sideropoulos, die auch als Moderatorin erfolgreich ist, ihre Kinder in der Öffentlichkeit. So nahm sie ihren älteren Sohn allerdings zur Premiere des Harry Potter Theaterstückes in Hamburg mit und präsentierte ihn mit Maske auch auf dem roten Teppich, wie die Plattform goldene Kamera zeigt. Maske trugen beide Kinder auch 2021, als sie ihre Mutter zur Premiere von »Wicked« begleiteten. Denn ein gewisser Grad an Privatsphäre ist der Schauspielerin offenbar heilig. Beide Söhne hat die 1,57 Meter kleine Schauspielerin mit ihrem »Ehemann« und »Jugendliebe« Jakob Stietzberg bekommen. Seit 2005 sind sie verheiratet. Das Geheimnis ihrer Liebe verriet Susan Sideropoulos in der Gala. Scheinbar geht das Paar nach einem Streit nie zu Bett, ohne sich versöhnt zu haben. Die Pläne, ihr Ehegelöbnis zu erneuern, haben sie bisher noch nicht umgesetzt. Susan Sideropoulos steht offen zum Judentum. Als besonders religiös bezeichnet sich die Schauspielerin und Moderatorin nicht. Dennoch lebt sie im Rahmen ihrer jüdischen Familie viele Traditionen aus, auch ihre Söhne besuchen eine jüdische Schule. In der ARD-Doku »Shalom Hallo« gab sie dazu Einblicke. Welche Rolle die Religion spielt, zeigt sich bereits daran, wo sich Susan Sideropoulos und ihr Mann kennengelernt haben. Das Paar fand bereits in jungen Jahren im jüdischen Ferienlager zueinander. Damit sind sie seit mehr als 27 Jahren liiert. Auch wenn sie selbst nie antisemitischem Anfeindungen ausgesetzt war, ist das gewisse Gefahrenpotenzial spätestens an der Schule ihrer Kinder erkennbar. Dort steht zum Schutz vor Angriffen immer Polizei davor, wie unter anderem die BZ berichtet. Im Gala-Interview mit ihrem Mann, verrät Susan Sideropoulos aber auch, dass sie neben jüdischen Feiertagen auch Weihnachten oder Ostern feiern. »Wir nehmen uns das Beste von allem raus«, sagt die Schauspielerin darin. Allerdings sind jüdische Traditionen wie Fasten selbstverständlich auch ein wichtiger Teil ihres Lebens.